In der politischen Krise in Thüringen ist kein Ausweg in Sicht. Die frühere CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht steht als Übergangsregierungschefin nicht zur Verfügung. Nach eigenen Angaben stand sie nur für den Vorschlag bereit, wie ihn ihr Nachfolger Bodo Ramelow von der Linken ins Spiel gebracht hatte. Der Widerspruch mit der CDU, die keine schnellen Neuwahlen wolle, lasse sich nicht auflösen. Ex-Ministerpräsident Ramelow hatte seine Vorgängerin als Ministerpräsidentin einer technischen Übergangsregierung ins Gespräch gebracht. Diese sollte mit einem kleinen Kabinett binnen 70 Tagen Neuwahlen auf den Weg bringen. Die Thüringer CDU stimmte diesem Vorschlag zwar grundsätzlich zu, sie hatte aber andere Vorstellungen bei Personal- und Zeitplänen. Dies hätte Neuwahlen letztendlich über Monate verzögert. Lieberknecht sieht nach eigenen Angaben als einzige Alternative zu schnellen Neuwahlen nun eine Koalition von Linken und CDU. SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee erklärte, die CDU habe Ramelows Angebot pervertiert. Sie trüge die Verantwortung für Lieberknechts Rückzug. Wie es nun weitergeht, ist offen. Einen Vorschlag wollen Linke, SPD, Grüne und CDU bis Freitag vorlegen. Hintergrund der Krise ist die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten vor zwei Wochen. Er wurde im Landtag nicht nur mit Stimmen der FDP und der CDU, sondern auch mit Stimmen der AfD gewählt. Dies führte zu einem politischen Beben in ganz Deutschland. Kemmerich trat kurz darauf zurück. Er ist nur noch geschäftsführend im Amt. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.